So, bevor ich ein wichtiges Treffen habe, habe ich noch eine Angelegenheit an den Herrn Nipka vom Zeitungsverlag und möchte ihm sagen, auch wenn sie zum x-ten Mal die kleine Show-Einlage von Welsheim einblendet, sie schaffen es nicht mehr, meine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und meine Autorität. Ihr habt die Glaubwürdigkeit verloren und es geschieht euch recht.